Wir spielen fast Showdown, es sieht wieder so ähnlich aus, es ist aber Festung. Und damit halloderseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Immer noch kein Gerätekind. Und fühlst du dich bei diesem Anblick der Karte an Showdown erinnert bei der Trockenheit? Ja, keine Lust drauf. Möchte gern Scarage. Broschette. Stall, 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 Garten, Haupttor. Mal dein Mist wegmachen beim Stein. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ich guck mal, Kaffee. Okay. Okay, sehr weit weg. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe aufzuspüren. Und auch nach oben. Kamerafrau, Bandit und Warden. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Und Jäger. Und Kappkarten. Schade, keine Frau Frost. Da kannst du ein paar Kappkarten mitnehmen. Ja, sind auch cool, aber Frau Frost ist cool. Ich mag Frau Frost. Hier, pass auf, das Fenster auf. Beiden Kameras kaputt. Du meinst Spritzenmann, Grabschrauber. Ja, genau. Ich fahre mit der Drohne nochmal kurz vor, weil die steht noch so weit weg. Kappkarten hat gerade noch eine Mine angebracht. Grotmerkiert Kappkarten. Ich geh mal ruhig zu tun. So, Kamera steht super. Wo bist du jetzt? Da oben. Schockdrohne wird aktiviert. Ich fahre mit der Drohne mal bei uns vor. Keine Kappkamine, ja, links an der Leite, rechts an der Leite. Boah, ey, Mann. Er hat nicht mehr viel. Na, die Leiter ist da hochgekommen. Ist er hochgegangen jetzt am Ende? Er ist wieder runtergehüpft. Ach, das war Blut. Aber da ist eine Leiter, die... Da ist eine Leiter, die auch nicht kommt. Ah, da war gerade der Gegner. Kappkarten muss. Ne, rechts ist es. Ah, ich höre, wenn er einen Luftheep mitnimmt, wenn er runterkommen sollte. Hoch, meinst du? Ja, also Hauptsache Leiter. Ich will ihn mal locken, indem ich hier leer mache. Kappkarten und wirklich... Jetzt kommen sie alle zu mir. 21 Schuss, 5 Gegner, das wird schwierig. Oh Gott. Pfff. Ich habe einfach nicht viel Schuss hier zum Großvorhalten. Ja, ich habe ihn getroffen. Ne, scheiße, es wird kein Ace mehr, weil die sich gegenseitig hochgebracht haben. Ich traue mich jetzt hier nicht aus. Kamera ist auch nichts los, die da steht. Bei der Bombe ist auf jeden Fall noch einer drin. Okay. Ich will mich markieren, ich sehe nicht. Ja, ich will. Komm, Karmina. Luftheep war es. Leiter runter. Bei dem Huschelzwoll. Jetzt ist der in der coolen Ecke. Ich muss gleich los machen. Wir bleiben noch 15 Sekunden. Ich muss sie jetzt finden. Links ist er, links ist er im Raum. Im linken Raum. Jetzt links, links, links. Ey, da hat sich verkrümelt. Da hinten war der Bandit noch. Ah, wird es mir zu viel Zeit gelassen. Ah, Dirk ist echt fies gewesen, weil das ist arschdunkel. Aber Nomad ist auch arschell angekleidet. Man muss ja worten, um das Anzug anziehen. Stimmt, der ist dunkel, aber der hat doch ein weißes Hemd da rausgucken. Das wäre die in. Ich habe gefühlt zwei Magazine verschossen, bevor ich überhaupt anfangen konnte, jemanden umzubringen von denen in der Ecke. Die Bomben sichern. Nur noch 10 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend klar. Im Ofen war eine Kamera. Machst du kaputt? Geht nicht. Habt man eine Wand, hier ist nichts mehr zum Verstärken. Stahlkamera haben sie schon jetzt. Ja, beide. Ist noch eine Kamera drin? Ja, ist hier eine Drohne bei mir zu hören. Nee, ist auch raus. Dann ist die durch die Luke gefahren, gegenüber. Über diesem Tresen. Oh Gott, schütze schon von hinter uns. Das war für mich kaputt. Nicht so gut, habe ich mir besser vorgestellt. Bei dem anderen Fenster kannst du in die Krankenstation gucken. Hey. Ist dein Handy auf der Brust leuchtet? Bei der Krankenstation kommt die Bahn. Okay. Kanada ist rumrein geflogen. Na ja, Tür geht jetzt auf. Ibana macht meine Fenster, glaube ich, auf. Mein Fenster. Letzter verbleibst du, okay, klar. Und wie sind die Dinger nicht dran geblieben? Keine Ahnung, sind alle weg. Okay, ans Fenster prallen sie ab. Aber die muss halt halb drunter ballern. Ja, ich habe hier Kontakt bei der Atemzüge. So, Krankenstation, okay. Noch da? Ja, ich bin jetzt Krankenstation, Fenster. Oh, hier hinten bringe ich. 1,10. Am gelben Ping ist sie. Gelber Ping. Sie kommt jetzt vor, Achtung. Gelber Ping. Noch weiter vor. Kommt jetzt in die Türrahmen, Türrahmen, Türrahmen. Geht genau rein. Vorarbeit mit dem Kerlchenkram. Mit der FMG umgebracht. Das war aber ganz schön knapp. Da braucht es euch einen Durchbruch anvisiert. Wir kommen ja irgendwie an die Fenster ran. Wir sind noch zu viert. Mit dem Gegenteam sind zwei neue. Unfair. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Hamam. Hamam ist sauber. Treppe oben. Hier, Schlafzimmer, schätze ich wieder. Hier, Stacheldraht. Schlafzimmer oben. Kamerafrau rot markiert. Mist, konnte nicht mehr reinfahren. Womöglich wieder in diesem Schlafzimmer und nebenan. Nein. Wolltest du da gerade hochspringen? Ja. Das warst du, oder? Okay. Krausrenner spritzen mal wieder. Schade. Kameras beim Start, beide kaputt. Oh, der ist auch offen. Ah, spritzt man oben am Fenster, gab er ping. Nein! Ich höre auf zu schießen, er bringt mich um. Oh, der ist schon drei Sekunden draußen, ey. Klar. Oh, das gibt's nicht, ey. Das ist... Die sollten diese Zeit wegnehmen, Alter. Und fertig, ey. Damit du die sofort siehst, ey. Das ist so ätzend, ey. Ich hab oben Dauerfeuer gegeben, hab dann auf Kürze schießen und genau in dem Moment werde ich umgebracht. Über Esch läuft noch was. Lade nach! Ich will immer markieren, wenn ich einen Operator ausgewählt hab, der mich zuschaut. Jäger markiert. Ah, ist hinter der Check-Card. Nein, hier bleibt der Operator. Ja, hier bleibt der Operator. Wo ist es denn jetzt? Zu meinem Entschärfer. Was machst du denn da hinten, bitte? Ich hab dort Dauerfeuer gegeben, weil das Fenster oben offen war. Und dann hat er mich umgebracht, als ich aufgehört hab zu schießen. Immerhin sind wir jetzt wieder vollständig beim gleich 1, 2. Wie es läuft. Das ist wieder die Ecke hier, wo alle hinkommen. Kameras noch an oben. Also nach da. Mein Gegner verbleibt. Ich mach das gar nicht mal so schlecht. Da, an der Lampe. Da, ja, an der Lampe. Das schafft sie. Hat sie erschossen. Krass. Nein, es geht in die Tür wieder. Die hat das echt spitze gemacht. Beim Nachladen in die Tür gehen, das war doof. Sie waren ja schon an der Ecke, dann geht sie nochmal zurück. Ja, ich hab's nicht gesehen. Aber das mit dem C4 war echt feine Glück. Das war so glückliche Idee. Auch wieder unten Kaffee. Ich kann auch mir auf... Hm? Eine Verteidigung hat keiner, was... Womit man nicht sind. Irgendwie wann der... äh... Geräte kämpfen kann. Da unten sind auch Geräte. Außer Nitro. Dann nimm doch Jäger. Der hat zerstört Geräte. Ich komme ja immer nicht dazu. Ich brauch Geräte. Ey, ach, ich schmiss. Jetzt wird das nicht, wenn der... Geh raus. Ja? Wieso letzter denn schon wieder so lange? Na? Ich brauch dir doch mal eine SS. Die Bomben sichern. Wie geht's? Pfeu. Jäger raus. Gegenüber vom Fenster das Fenster sichern. Okay. Ach, wie war ich die Drohne? Es bleiben noch 10 Sekunden. Na, komm schon. Nur noch 5 Sekunden. Hier ist ein Fenster. Ich bin schon richtig. Da, wo du zuletzt standst, als du IBAN-Raum gebracht hast, ist jetzt ein Fenster. Die haben Hammer, Mann. Was? Nein, mein Fenster. Nein. Kacke. Jetzt die Wand vom Popo. Jetzt müssen wir eigentlich zumachen. Ich geh zum anderen Fenster. Ehe das noch aufgemacht wird. Oh, kacke. Im Gang ist schon jemand. Am Gamping war jemand. Das Fenster ist blöd, merke ich gerade wegen der Tür. Oh, Mann. Ah, toll. Hm, das zeige ich mir auch. Ist doch bei mir. Okay. Was? Na klar doch. Das ist doch nicht dein Werk. Das gibt's nicht, ey. Jetzt kommt jemand rein. Ich versteh das nicht, ey. Ich weiß nicht, wie ein Jekyll das hier wieder überleben konnte, ey. Genau da ist er reingekommen, wo ich jetzt hin wollte. Das hab ich gehört. Ich versteh das immer nicht, ey. Also bei der Cafeteria-Küche, da muss ich noch, wenn ich da überhaupt noch mal mir ihre Fenster anbringen möchte, etwas feilen. Das eine Fenster war gut, was jetzt am Ende aufgeschossen wurde, aber das muss nicht verteidigt werden. Die anderen, hm, gefallen mir nicht so. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss, tschüss.